Dies ist Marco von reisenachatlantis.de und heute möchte ich dich fragen, was wirklich so deine Lieblingsthemen sind, wenn es um Philosophie geht, ja? Über was möchtest du, dass ich rede, ja? Also ich bin gerne bereit, ich bin sozusagen euer Diener, ich bin sozusagen der, der hier diesen Kanal hat, aber es geht um euch, die Zuschauer. Und nach euch möchte ich mich richten, ich möchte über die Dinge reden, die euch begeistern, die ihr spannend findet und deswegen, genau, und deswegen würde ich gerne sozusagen euch das bieten, was ihr auch sehen wollt, wirklich die Themen, die für euch relevant sind, als intellektuelle Übungen oder auch für euer eigenes Leben, die in eurem eigenen Leben relevant sind. Denn da ist wirklich ein Ort, wo die Philosophie am meisten tun kann. Und ja, ich bin gespannt, was so eure Lieblingsthemen sind und ich freue mich darauf, euch in einen Dialog zu kommen über die Philosophie. Denn die Philosophie ist einer der schönsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Okay. Bis dann. Tschüss.